So, heute bin ich auf Windpark Völtheim, heute ist Orkan und die EE40 drehen sich 47. Und die anderen, ich muss mich leider ducken, weil es so doll regnet. Die war ich oben mit zu, die 70 und eine trudelt heute. Die ist an mir, heute ist es die, wo ich dafür mache, gar nicht. Sanieren würde ich jetzt nicht. Ich war schon mit meiner anderen Kamera da. Fitschnas hier worden. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020